willkommen zurück zu einer neuen folge absur so ja ich bin hier gerade umzingelt von diesen elektrobomben was auch immer und da ist das ding wo ich hin muss ich schwimmen erstmal noch ein bisschen rum vielleicht findet man ja noch was denn wir haben ja noch irgendwo so ein helles licht gesehen türchen oder was auch immer wo auch immer das war da müssen wir hin es war irgendwo hier hinten wenn ich mich nicht täusche ne hier geht es dann leider auch nicht weiter ich vermisse dieses fleißige helferlein die wir werden uns jetzt bestimmt wieder so einen schönen elektrischock einhandeln hier oben ist auch nichts schade so hier müssen wir rein wir haben es geschafft ok da müssen wir durch wir haben aber auch noch nicht meditiert das möchten wir auch noch machen jetzt muss man nur noch die stelle finden wo es war wo war der heil zum meditieren da ich sehe ihn doch schon so da wollen wir mal gucken Tomopteris was auch immer ich kann den namen nicht aussprechen er hat der seeteufel die kennen wir ja schon kobold hai der hat richtig schöne augen noch ein kobold hai die kannten wir schon das kennen wir auch schon ja ok dann würde ich sagen ab durchs türchen da ist es hier ist das türchen boah was boah das ist jetzt eine kacke äh ist der nee der ist nicht tot ha der grinst sogar der hei hat gegrenzt da oben boah schon wieder mal und hier wie nennt man das octopus tippenfisch keine ahnung die haben noch einen ganz speziellen namen da ist die nächste nautiloschale boah die haben noch einen ganz bestimmten namen wie heißen die denn ach ja ja ich komme jetzt nicht drauf ha 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 geil boah einfach nur geil so da unten ist unser ja er sei jetzt beliebtes portal und da ist noch ein türchen so da haben wir dann nummer vier aktiviert mal gespannt ob es noch weiter geht so da habe ich gar nicht drauf geachtet was da für tiere rausgekommen sind ich bin ja auch so ein held ach hier diese tintenfische kalamari genau jetzt habe ich es wieder kalamari heißen die mal gespannt wo es hierhin geht oh hier geht es weiter nach unten schön schön äh hallo da rein bitte oha da ist unser freund der hai oh die dinger schocken mich doch wieder die ganze zeit das eine hier vorne könnte zum problem werden oder auch nicht oder auch nicht ok was uns hier drin erwartet erfahren wir im nächsten video wenn es euch bis hierher gefallen hat dann lasst doch mal da oben da lasst kommentare da und wir sehen uns im nächsten video bis dann bleibt entspannt genießen bis dann 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 bis dann